Betritt das heilige Innere bei Eclipse State. Also ich würde euch empfehlen, hier bei Eclipse State auf der rechten Seite zu landen. Hier habt ihr seitlich eine Tür. Also betretet jetzt das Gebäude hier durch die Seitentür. Hier links habt ihr direkt eine Überwachungskamera. Ich zeige euch die kurz. Also hier oben habt ihr die Überwachungskamera. Sprintet jetzt geradeaus weiter. Hier springt ihr nach rechts unten. Jetzt geht ihr hier hinter dem Geschützturm entlang. Jetzt müsst ihr hier die Treppe runter gehen. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr die Lichtschranken nicht berührt. Springt jetzt hier hinter dem Geschützturm wieder runter. Betretet jetzt hier den Tresorraum. Jetzt müsst ihr hier nur noch den Gang entlang laufen. Und wie ihr seht, seid ihr jetzt im heiligen Inneren bei Eclipse State und habt die Aufgabe erledigt.